Serienmäßig ausgestattet ist die M4002 Reihe mit einem komfortablen Grammersitz. Dieser ist automatisch luftgefedert und für jede Fahrerposition individuell einstellbar. Wir haben hier die einfache Vor- und Zurückbewegung. Zusätzlich können wir die Lenksäule einfach an unsere Fahrergröße anpassen und fahren so jederzeit sicher und komfortabel. Wer nicht gerne allein unterwegs ist, nimmt optional den Beifahrersitz hinzu. Dieser ist einfach fahrbereit zu machen und ebenso leicht wieder zu entfernen, sodass er ein- und ausstiegfrei bleibt. Serienmäßig ausgestattet ist die Maschine mit zwei doppelwirklichen Steuergeräten. Ein drittes ist optional verfügbar. Im Kabinendach befindet sich die Ebedienelemente für Heizung und Klimaanlage. Diese sind in der Grundausstattung enthalten. Serienmäßig ausgestattet ist die Baureihe mit zwei Drehzahlspeichern. Diese lassen sich über einfaches Klicken verändern und anpassen. Damit wird Ihr Arbeitsalltag noch komfortabler. Die Innenraumbeleuchtung sorgt für angenehme Lichtverhältnisse in der Kabine. Der Scheibenwächer mit integrierter Intervallschaltung sorgt für stets freie Sichtverhältnisse. Es sind genügend Ablagefächer vorhanden. Senktrossel sowie die Steckdosen sind gut zu erreichen. So, damit sind wir am Ende unserer Produktübersicht. Wir hoffen, Ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Solltet Ihr weitere Informationen benötigen, schaut gerne auf unsere Website vorbei oder wendet Euch direkt an Euren Händler vor Ort. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Viktoria Eure Viktoria